servus youtube servus ihr leutchen da draußen grüßt euch willkommen zurück zu der last of us remastered gespielt auf der playstation pro schön dass ihr wieder da seid und ja nochmal danke für die letzten videos dass da doch einige menschen von euch noch reingeschaut haben geliked haben einige haben auch einen kommentar da gelassen finde ich sehr nett von euch vielen vielen lieben dank und noch mal so kurz zur info gespielt wird auch nebenbei noch der last of us part 2 auf der playstation 5 gecaptured über pc und genau ich werde euch dann eine verlinkung oben in die infobux machen wäre schön wenn ihr da mal reinschaut das zu dem thema jetzt hatte ich ein paar tage dazwischen und habe auch nichts vor produziert das heißt für euch und für mich ich kann euch jetzt gerne sagen wo ich stehen geblieben bin dann müssen wir jetzt gemeinsam reingucken also es ist jetzt aktuell also wenn irgendjemand jetzt was in die kommentare schreibt oder so dann kommt das auch kurze zeit bei mir an und kann auch gleich darauf reagieren und ich würde sagen wir schalten mal rüber machen wir mal und zwar so und dann gucken wir mal gemeinsam wo wir stehen geblieben sind auf jeden fall möchte ich mich nochmal bei den leuten bedanken die da sind und mich so tatkräftig unterstützen mit likes und kommentaren also so gut wie inhalt wie es ihnen halt möglich ist na vielen vielen dank dank an die leute da draus so gut dann gucken wir gerade mal wo wir stehen geblieben sind und ja ich werde es einfach mal durchziehen dass mit den mit den let's plays und mal gucken wie es euch so gefällt wie es so ankommt was er so dazu meint ob man das weitermachen soll also ich denke mal ich will es weitermachen um ein bisschen übung dafür dafür zu bekommen und vielleicht wird ja alles mal besser was für spieler ich aber letzt spielen werde das weiß ich noch nicht das würde ich glaube ich werde mir dann sehen wenn es dann soweit ist so gut wie es sind ja genau ja ich weiß es wieder ihr war es ja wo uns elli das war da wo elli uns rückendeckung gegeben hat jetzt weiß ich es wieder okay wie schaut es aus warte ich muss mal ein bisschen runter vom sound ist ein bisschen zu laut so okay wie gesagt um die 40 minuten 40 45 minuten ich denke das ist okay für euch also für mich auf jeden fall machen wir so hier haben wir noch ein bisschen okay da haben wir die flinte drei so viel haben wir gar nicht mehr da kann man auch mal nachladen hier kann man nicht mehr auf nur vier schuss und so eine kacke okay wir machen ein bisschen langsam also ich wie gesagt ich bin ein bisschen raus habe ein paar tage pause gehabt hier von controller und das merkt man schon wenn man längere zeit am controller nichts mehr macht merkt man es einfach so wir gucken mal gerade noch verbessern können wir haben 105 schrott teile und wir haben upgrade stufe 2 können wir was am bogen da geht nichts mehr die flinte nachladetempo hört sich gut an das ist ganz okay rückstoß na gut das ist jetzt nicht so wichtig da können wir nichts mehr machen was haben wir hier noch schönes die schussfolge wir haben wir haben wir haben den scheiß raus magatz die schussfolge, magatzin kapazität so gut sagst du ja okay komm elli weiter geht's ich hoffe das ist alles okay so ein bisschen vom sound das ist so ein bisschen eine einstellung sache aber es wird ich denke es wird schon die meinung kaffee trinken ich bin davon das wird schon gehen so alles klar elli und schon los geht's und dann noch mal kurz zur kurzen info gespielt wird es auf der playstation pro gecaptured über die hd 60s externe karte und da haben wir einen hunter ich will vor sonnenuntergang fertig sein aber aber danke elli danke hast du gut gemacht mädchen so das hast du davon so gib mir sofort den knüppel daher und die munition nice nice elli so jetzt tun wir gleich die ganze scheiße wieder auffüllen und da packen wir auch ein messerchen dran ja irgendwas so hätte es nicht enden müssen ne aber falsche jetzt falsche zeit falscher ort würde ich gar mal behaupten jetzt gehen wir hier nochmal alles durch ne wer kennt's gelootet werden muss dann stehst du irgendwann mal ohne materialien da wo gehen wir denn jetzt eigentlich hin was ist denn jetzt unsere aufgabe und wir sind glaube ich unterwegs zu tommy tommy oder ja im Prinzip natürlich noch zu den fireflies das ist richtig aber der hauptweg glaube ich führt jetzt erstmal zu tommy ne ähm okay so okay also hier haben wir jetzt erstmal nicht ach doch natürlich ich weiß wieder wo ich bin da vorne ist dann gleich ein Haus und das ist jetzt auch nicht so leicht gewesen für mich aber ich weiß wo ich bin down of the wolf na das sieht doch so ein bisschen aus ne wenn man so hier troll und ne hehehehe ja ja so nebenbei äh für euch wenn ihr bock habt äh nebenbei stream ich ein bisschen auf Twitch äh dac falls da irgendjemand Interesse haben sollte ne habe ich so habe ich gerade so ein bisschen Spaß dran gefunden ja dann so guck mal ich würde gern oder oben sind sie ich würde ganz gerne erstmal da oben ein bisschen aufräumen wir haben zwar hier unten noch ein paar Ich hab's gesehen, Ellie, ich hab's gesehen. Hier haben wir auch noch ein paar. Ich würde ganz gerne erst da oben mal ein bisschen aufräumen. Ah, guck mal, hier ist auch eine Sprengfalle und da steht auch noch eine. Steht aber, glaub ich, so. Ich weiß es nicht, ob wir den kriegen können, den Kerl. Äh, ach, der läuft nur weg. Okay, Ellie. Ja, fuck, 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 der hat ein, äh... Der hat... Ah, hahaha, okay, pass mal auf, ich suche mal was. Der hat eine Rüstung an, da werde ich mit einem Bogen nicht weit kommen. Mach mal langsam. Alles hat... Okay, und die kriegen das natürlich nicht mit. Das ist, äh, sehr gut. Ah, so. Und renn hier. Ich glaub, wenn ich den jetzt mit dem Bogen wegschieße, der andere kriegt das mit. Mann. Okay, ich glaub, das war gut. Da hat keiner... Doch, der da hinten hat's mitgekriegt. Irgendwas... Hat einem, glaub ich, gerade nicht so gefallen. Irgendwas war da. Junge. Der steht mit dem Rücken zu mir, das wär noch besser. Scheiße. Das ist cool. So, jetzt haben wir hier unten, aber ich glaube sogar... Da hinten ist noch einer. Ich bin mir halt nicht sicher, aber... Wir gehen mal gucken. Hier haben wir was. Nüppeln, okay. Ne, die haben wir doch ganz gut weggeholt jetzt, oder? Na komm, dafür könnt ihr auch mal einen Daumen nach oben geben, ne? Das haben wir doch gut gemacht. Ein Kommentar wäre auch gut, ja. Ne? Macht man halt so, ne? So. Ich bin jetzt sicher, ob hier noch irgendwo... Oh, was ist denn hier? Ein Reisepass, oder was ist das? Ne, das können wir also. Was ist das hier? 10. Oktober. Ich sag gerade, wie ein Mob Ketten... Maastros und den Rest des Trupps mit Benzin übergossen hat. Oh, krass. Ja, okay. Wie gesagt, ihr könnt das pausieren, lest euch durch. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Hier haben Elli. Vorsicht, Mädchen. So, wir müssen aber unten noch durch den Laden da gehen, oder was? Das war eine Bücherei, oder irgendwie sowas war das doch noch. Weil, da sind noch Sprengfallen drin. Uppla. Entschuldigung. Und... Und... Noch so ein paar andere Sachen. So, da vorne müssten auch noch ein paar Gegner sein. Wir sind nicht fertig. Die Sprengfallen entschärfen... Glaub ich, kann man. Aber man kann so nicht ins Inventar packen, glaube ich. Das geht, glaube ich, nicht? Ne, geht nicht, ne? Mist. Da ist eine Sprengfalle. Hier ist eine. Ich will jetzt aber hier auch nichts auslösen, Leute. Okay. Diablo. Das ist kräftig am DayZ zocken. Ich komme gleich dazu, mein Freund. Ich komme gleich dazu. Ich werde jetzt hier nur ein bisschen... Ein bisschen noch ein paar Videos machen. Und dann werden wir auch wieder in DayZ gehen. Im Moment. Wusstet ihr, dass sie den Typen unser Schmännchen haben? Im Moment hat das mich schon ein bisschen, äh... Ja, angefixt, ne? Hat der einen Helm an? Das ist ein Schlafmasse. Ich glaube ja, ne? Warte, ich schwemme mal die Waffe wechseln. Hey, wie lange sollen wir hier denn noch dumm rumstehen? Keine Ahnung. Los. Parkieren! Statt! Das glaube ich nicht. Noch nicht. Okay. Was denn, Ellie? So cool, man. Okay. Oh. Oh. Klick, klick. Das ist das Geräusch des Todes. Ne? Mach die Waffe klick. Dann musst du den Einklick, äh, Einkauf machen bei, äh, Marcus. Oh, da war doch irgendwas. Kennt ihr? Oh, Mann. Oh, Mann. Entragen und überleben. Kennt ihr? Was? Ach ja, diese Comic-Geschichte. Äh, von, von Borderlands. Macht die Waffe klick. Wird's Zeit für, für irgendwie, ne, wie eine Waffe einkaufen, ne? So irgendwie war das doch da. Okay. Okay. So. Dann haben wir das auch. Gut. War halt ein bisschen ein Feuer geflascht, aber naja. Was soll's? Ne? Die Scheiße muss raus. Wir haben ausverkauft. So haben wir Schlussverkauft. Die ganze Munition muss raus. So. Okay. Boah. Subt aber da raus, der Junge. Hm. Äh, warte, Ellie. Moment. Ich will grad noch gucken, ob die ein bisschen Money dabei haben. Was ich natürlich bezweifle. Die können schießen wie Weltmeister, weil wenn du sie looten willst, haben sie nix. Hm. Okay. Hier wird's hochgehen. Dann hab ich den Helm runter geschossen. So. Ellie, was geht? Hast du Fragen? Mann. Das war wohl das Ende dieser Zone. Was? Frieden? Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Hm. Und wenn sie Familie haben? Jeder hat eine Familie. Denk nicht darüber nach. Hm. Wie soll das gehen? Hm. Wie soll das gehen? Hm. Wie soll das gehen? Hm. Okay. Gut. Dann. Hier, glaub ich, kommen wir hoch. Wir können hier nochmal grad. Gucken wir mal, was zu looten haben. Äh. Wie gesagt, lesen. Pausiert es. Lest es. Und könnt ihr aber weitermachen, ne? So. Was haben wir hier? Federer. Ja. Das ist das auch vom zweiten Teil. Nach dieses staatliche, äh, Institut Security Force. Ja. Okay. So. Was haben wir hier? Au. Das ist wieder so viel. Wir haben die Stadt nach Überlebenden abgesucht. Im Hotel haben sich ein paar Soldaten versteckt, um die wir uns gekümmert haben. Ach, das waren die, wo draußen verbrannt wurde. Eine Gruppe von uns hat ihr Lager überfallen. Oder, oder viel mehr das, was davon übrig war. Die meisten großen Maschinen sind durch den Kampf im Arsch. Okay. Wir lassen das einfach mal so stehen. Ihr könnt es pausieren. Äh. Könnt es fertig lesen. Da habt ihr so ein bisschen Background-Story, was so ein bisschen geschehen ist. Während, äh, während jedes so alles ausbrach, ne? So. Was haben wir hier Schönes? Hier haben wir noch was zu essen. Brauchen wir gerade nicht. Und da haben wir noch eine Tür. Ich glaube, das ist eine Tür mit Messer. Die können wir auch machen. Da kriegen wir noch ein bisschen was. Dann Stuff. Na bitte. So. Ja, wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Ein Like wäre nett. Ein Abo wäre nett. Ne? Ist kostenlos. Ihr könnt auch gerne eine Donation da lassen. Link ist in der Videobeschreibung. Ne? Und. Ich hoffe, es gefällt euch bei mir. Hier haben wir noch ein paar Waffen. 50 Waffenteile. Das ist nicht schlecht. So. Können wir dann noch ein bisschen was herstellen? Ein Messer. Jawohl. Das war es. Na gut. Okay. So. Hier sind wir durch. Und jetzt geht es hier hoch, ne? Hey, hilf mir hoch. Ja, mach mal Ellie. Ich weiß es. Okay. Komm her, Ellie. Okay. Ab dafür. Ja, bitte. Ach, da, über die Art zu dieser Brücke müssen wir erstmal kommen. Das war ja unser Ziel erstmal. Okay. Gut. Wie gesagt, in Part 1, also diese verbesserte Version, kannst du nochmal sagen. Ich bin mir nicht sicher, es wird bestimmt irgendwann passieren, dass ich mir den Titel kaufe oder warte, bis das ein bisschen preisgünstiger geworden ist. Und, ja. Aber jetzt muss es erstmal der tun und der hat es ja auch die ganzen Jahre getan. Ja. Ein anderes Wort für Waisenhaus. Was wohl aus den Kindern geworden ist? Dieses Haus ist schon lange verlassen. Die Kinder sind erwachsen. Sie sind also Hunter und wollen uns töten oder sie sind tot. Oder sind geflohen. Aber du glaubst das nicht. Ich glaube, wir müssen aus der Stadt raus. Los. Okay. So. Das ist... Ja. Kriegen wir jetzt auch hin. Glaube ich zumindest. Ich glaube, sobald ich es noch weiß, werden wir jetzt noch ein paar neue Freunde finden. Aber... Da ist noch eins. Was? Was denn? Ach, dieses Poster da. Dieses Plakot. Die Poster sind überall. Ich hab den gesehen. Kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Boah, was ist denn los? Ach, Ellie. Wer hat dich da reingeschleppt? Hm. Keine Ahnung. Bleiben wir wachsam, okay? Okay. Ja, das ist er will nicht über seine Tochter sprechen. Ich denke, alte Erinnerungen. Gehen ein bisschen an die Substanz. Wer kennt's, kennen wir alle. Gibt es... So, Ellie. Alles klar, Ellie. Komm, mach's fertig. Wir... müssen. Gehen wir durch die Gasse. Oh. Oh. Der verdammte Truck. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Die sind hier drin, ne? Wacht denn. Ich schwöne. Okay, da haben wir einen. Da haben wir noch einen. Den locken wir mal dahin, ne? Dann geh mal. Geh mal gucken, Kumpel. Bitte. So, warte, da haben wir schon mal den Ersten. Der andere steht da hinten irgendwo. Hau ruck. Ich glaube, wir haben hier noch ein paar. Also, ich glaube, so einfach, dass es gerade nicht. Da ist der... Der Schützenpanzer. Der darf uns nicht sehen. Noch nicht. Und der steht da hinten. Okay. Der holt sich gerade am Automaten irgendwas oder so. Komm mal her, mein Freund. Du und ich, wir haben... Verdammt. Ellie, bleib locker. Okay, jetzt ist er kaputt. Spade. Wo hat denn der gerade sein Geschütz hier? Weißt du, da ist ja noch einer. Da war ja noch einer. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da hinten noch was war. Aber wir sind ja gerade mal. Probieren mal durchzukommen. So, wir haben jetzt hier noch zwei Pfeile. Ich hoffe, dass wir hier durchkommen, ohne dass der Schützenpanzer uns sieht. Weil hier gibt es noch mal ein paar... Wie nennt man die Raider? Oh fuck, der hat uns... Oh fuck, der hat uns... Der hat uns gesehen, ne? Ja, ja, da ist da vorne, ist einer. Mal gucken, ob wir ihn hier kriegen. Na, komm raus. Bitte. Ich schmeiße da gleich noch eine Flasche dahin. Nachladen, bitte. Die können wir jetzt nicht looten hier, ne? Die haben nix, oder? Ja, findest du Ellie? Ja, findest du Ellie? Ah, guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal da. Warte mal, dann können wir doch hier... Noch ein bisschen was mitnehmen. Läppchen. Können wir noch ein machen? Ne. Na, okay. Nachladen. Äh, das ist okay, da haben wir noch zwei. Solle. Ich glaube, wir sind soweit jetzt hier durch. Äh, ich weiß, du hast es nicht gesehen. Ist gut, ist gut, ist gut. Ich weiß, dass du sie wieder hast. Du hast nichts gemacht. Out. Ah, was we get on? Uh. 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 Ah, da haben wir einen Schuss zu viel abgegeben. Das ist eine Kugel zu viel. Aber egal. Da habt ihr... Ah, fuck. Okay, Ellie ist soweit. Wir rennen jetzt. Oh, der ist hinter... Ist der hier reingefahren? Oh, scheiße. Boah, tatsächlich. Okay. So, komm hier. Ich brauche Munition, Knarren, alles, MG, Gatling, Granatenwerfer, Bazooka. Und dann haben wir das im Sack hier, das Spiel. So, hier gehen wir nochmal checken. Ihr kennt das alle. Ihr kennt das. Ich muss es ja nicht erzählen. Nein, nein, nein. Ellie, mach keine Scheiße. Hier wird ja überhaupt nichts abgelenkt. Äh, warte, Ellie. Warte, warte, warte. Wir holen uns jetzt erstmal hier sämtlichen Loot und dann gehen wir weiter. Ja, ups. So, ich habe einen guten, äh, PC geschubst. Ja, die Festplatte kaputt. Ähm, ach ja, genau. Hier sind wir hochgekommen. Da geht nichts. Okay, gut. Ellie, wir müssen jetzt hier rum. Okay, der ist abgehauen. Bin wir hier schon dran? Ich glaube, ja. War das das nächste Fenster? Ich weiß es gerade nicht. Hier haben wir nichts. Haben wir hier noch ein paar Tablettchen drin oder so? Oh, Tabletten. Ja, ich habe hier auch noch jede Menge gesammelt. Müsste mal skillen, ne? Wir haben ein bisschen Leben verloren. Wir haben aber alles soweit ganz voll, ne? So, was haben wir denn hier? 75? Ich werde mal gucken. Heiltempo. Ja, komm, machen wir mal. Lauschmodus. So, Fertigkeitstempo. So. Und den Rest sammeln wir mal. Und den Rest sammeln wir mal. Ist okay. Sie sehen uns nicht. Hm. Was der da reinhaut mit dieser Keule, habt ihr gesehen? Lass ihn in Ruhe. Seine Faust ist wie ein Dampfhammer. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls ihr es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Also, Ellie. Ellie hat ihn erwischt, ne? Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel. Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Ja, kann man beide Ansichten verstehen, ne? Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Joel hat Angst. Deshalb reden dort weiter. Sache des Vertrauens. Und Ellie hat auch wiederum recht, ne? Okay, bringen uns hin. Mehr ist besser halt, ne? Ja, mehr macht's auch nichts. Ich hab dein Bruder in die Fresse gehauen. Okay. So. Gucken wir mal, was wir hier noch so looten können. Und dann gehen wir mal mit den neuen Freunden. Gehen wir mal mit. Ja, maulenscheiß. Schicksal, ne? Oh, da haben wir schon was. Ich hab's gesehen. Ich will grad mal hier reingucken. Wie ein Kinderzimmer und keine Waffe hier drin. Was ist denn das? Was bin ich aber anders so gewöhnt? Oh, was haben wir da jetzt? Was ist denn das für ein Buch? Molo oder verbessern? Molo. Handbuchband 1. Verbessern. Radius von Brandbomben. Okay. Der Radius hat besser gemacht. Ist gut. Erwischen wir mehr, Leute. So. Oh. Das sieht doch ein bisschen aus wie Käse. Hier spielen konnten wir nicht. Wir haben alles. Ja gut. Wir nehmen das mit, was halt geht, ne? Okay. So. Weiter, Ellie. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer wach. Mhm. Sehr schön. So. 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 Wartet mal. Hier ist wieder so eine Tür mit einem Messer, glaube ich. Yes. 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 Okay. Gut. 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 Ich freue mich. Gut. So. Ich glaube, die Waffe konnten wir nachladen. Okay. So. Hier gehen wir wieder auf den Bogen. Das ist doch mal ein bisschen Heilung gefunden. Noch ein paar Pädelchen. Das ist doch schön. Was ist hier los? Sie hat eine Katzenmudi gelebt, oder ist das? Das sieht aus wie Mutti Munition. Okay. Ach, Ellie. Ich habe für dich wieder so ein Comic gefunden. Wie Ellie. Nee, so. Umdrehen. Das ist Band 10. Da bin ich mir sicher, dass ich viele vergessen habe. Liegen habe lassen. Wie gesagt, dieser eine Firefly Anhänger, der ist ja auch, wenn du hier am ganz am Anfang diesem Typen da hinterher rennst, und da ist auch noch so ein Anhänger, ne? Den habe ich auch vergessen. Was heißt vergessen? Ich wusste, dass er da war und habe ihn halt mitgenommen, weil ich dem Typen da hinterher rennen wollte. Dann sind wir hier fertig. Mal gucken, können wir gerade noch ein Messer schon machen? Ja. Okay, weiter geht's. Entschuldigung. Bis Warten. Komm, auf. Geh. 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 Seid mal nochmal leise. Weg von dem Fenster. 18. Junge, lass doch den Junge mal spielen, der hat doch eh ne scheiß Kindheit. Was ist denn bei dir falsch? Ich meine, man kann's ja verstehen. Na, Ellie regelt. Komm, Ellie. Wo regelst du? Na, das ist schon, ne? Naja, gut. Mal weiter drauf eingehen. Wir zocken. Lass, Bubsche. Wir müssen. Oh. Shit. Ellie, gib uns Deckung. Ellie, gib uns Deckung. Oh, guck mal da. Okay. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Ich geh hier lang. Das ist gut. Jo, mach den mal. Ich, äh... Können wir mich mal hier dräumen. Wir haben hier einen. Ich glaube, hier gibt's drei Stück. Oh. Oh, es ist doch geil. Oh. 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 verarschen mich doch gerade da würde freund gegrillt und er läuft da weiter als ob nichts wäre es geht geht es ist ein kumpel da okay dann hat es auch weg ja bitte wie ist auch noch mal alter zu mir du warst schon besauer ja ja moment mal ein pfeil wieder haben und ich möchte erstellen molly und wir haben das haben noch diese bomben da weil wir mit molly machen ob das mit der bombe ist auch ganz okay ich habe sie gesehen das kommt auf 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 ist egal mit einer hand hat er sich gerade mit einer hand hochgezogen junge du bist ein bär so was haben wir dann ja wir sind auch bald am folgen ende wir machen noch ein paar minuten ich glaube wir gehen jetzt hier mit den jungs in den safe raum und dann haben wir es glaube ich für den part durch die tür ist es wirklich sicher so nah bei ihnen ich habe einen schlüssel man hier hast du den umgelegt okay so gibt mir hier wieder ein firefly anhänger die ist 14 jetzt ich stecke gerade mal so ein bisschen die sachen ab und dann gehen wir da weiter mit denen müssen wir es wichtig wenn wir fallout 4 gespielt hat oder auch fallout 3 glaube ich und so toiletten immer erst die toiletten abchecken da ist meistens der beste lud drin okay haben wir hier wussten wir jungs kommt mädels wir müssen weiter glaube ich zumindest so ich glaube dann kommt noch eine cutscene und dann wir sind da ne leute ich glaube ich mache die schluss weil das cutscene geht noch ein bisschen geht ein bisschen zu lange ich war an der stelle schluss machen und das sehen wir uns dann in der nächsten folge an und ja genau ich würde sagen das sehen wir uns in der nächsten folge an dann haben wir noch ein bisschen was und wenn das spiel mal noch mal bis dahin ich denke das ist okay so gut liebe leute dann schon mal danke fürs zuschauen wie immer und wenn es euch gefallen hat lasst ein bisschen liebe da ein paar likes nach oben würden mir recht gut gefallen wird auch das video ein bisschen besser gestalten und ja ein kommentar wäre auch sehr nett ja und wie gesagt nebenbei läuft noch der laster was part 2 da werde ich euch oben rechts in die infobox da werde ich euch noch einen link reinpacken alles klar haut rein ich hoffe ihr hattet ein bisschen spaß bis zum nächsten mal macht's gut